jausen du willst bei tik tok viral gehen ich zeige dir ein heck wie du das machen kannst dank an alle die man daumen nach oben da lassen an der stelle und nach dem intro geht's los du stellst fragen und ich beantworte in der frage die wenn du bei tik tok viral gehen willst dann probiere doch mal folgenden heck die einfach mal auf die suchlupe und suche dann nach einem keyword aus deiner nische sag mal ein beispiel jesse make up du suchst jetzt nach make up weil du machst was mit make up und dann siehst du hier top benutzer und videos ich drücke jetzt einfach mal auf videos und oben rechts habe ich einen drehregler da kann ich was einstellen und filtern und jetzt gucke ich einfach was wurde innerhalb der letzten woche am meisten geliked guck mir dann diese videos an und versuche eins dieser videos nachzudrehen dadurch nutzt du etwas was schon gut funktioniert hat kannst das in deine sprache zum beispiel übersetzen und hast eine gute vorlage von videos die schon viral gegangen sind und steigert damit die chance dass du selbst viral gehst wenn ihr das video gefallen hat lässt und daumen nach oben da probiert mal aus suche nach keywords in deiner nische geht dann oben auf den filter stell ein die letzten sieben tage dann lasst ihr das ganze anzeigen nach den meisten likes auf die videos und drehs nach denkt dran den kanal zu abonnieren jede woche sonntag gibt es ein neues video lassen daumen nach oben da und kommen rein die den gang bei patreon dort bekommst du solche tipps immer früher als die anderen peace